Heute werden wir die 4-Corner-Challenge in der neuen Season 4 machen. Das heißt, Jonesy, Ivy, Magikon und ich müssen uns jeder in einer Ecke der Map verteilen. Ich gehe nach rechts oben zur Castle Doom, Ivy geht zur Doom-Start, Magikon geht zur Raft und Jonesy geht nach rechts unten. Sorry, Jonesy. Unser Ziel ist es ganz einfach zu überleben, in der Mitte uns zu treffen und zu gewinnen. Und damit würde ich sagen, fangen wir an. Okay, es kommen super viele mit und das Ding ist halt, es ist auch noch Squad. Es ist wirklich heute der Tag, wo die neue Season gedroppt ist. Okay, ich werde sie schnell droppen, glaube ich, und dann schnell auch wieder gehen. Okay, meine lieben Freunde, wir sind bei Doom-Start und müssen hier dafür sorgen, dass wir nicht da umgehen, weil hier sind unfassbar viele Leute gedroppt, weil sie haben tatsächlich den contestesten Spot von allen, weil wir der allerbeste Spieler in der neue Season 4 sind. Wuh! W's! Zack, nochmal Wampum. Was, was, was wollt ihr machen? Was wollt ihr machen gegen Wilk-Albi? Was wollt ihr machen gegen Wilk-Albi? Wir versuchen natürlich, den Kill-Rekord zu machen. Ich will die meisten Kills haben, deswegen, oder ich werde jetzt instant tot sein. Also es kann entweder sein, es wird eine W-Runde, oder ich bin einfach instant raus. So, da unten krabbelt uns so ein Knock, das ist geil. Oh, ich habe eine geile AR, fällt mir gerade mal auf. Die gefällt mir. Ich bin mal kurz hier hoch, weil ich brauche noch ein paar mehr Kills. Ich will auf jeden Fall in diesem Video geile Action machen, was Kills angeht. Ich will hier schon ein bisschen durchrattern. Uh, Hulbred! Okay, ich könnte rein theoretisch gesehen kämpfen, aber ich sage ehrlich, ich habe ein bisschen Angst. Ich will jetzt nicht sterben, es wäre nämlich super unangenehm. Weil wenn jetzt irgendwie so ein Squad auf mich zukommt, ciao. Mein Aim ist auch noch ein bisschen verloren, aber für den Kill reicht es auf jeden Fall. Oh, da oben ist noch einer. Oh, für den reicht es auch. Sehr gut. Ich will gerne rüber. Ich will die Kills haben. Nächstes Mal. Sehr gut. Bot machen wir auch kurz weg. So, dann kurz mal den Kill mitnehmen. Oh, der Zweite! Woo! Komm schon, den klipp ich jetzt sogar. Oh, den klipp ich, den klipp ich. Trust me, trust me, trust me. Aber gib erst kurz hier. Hier die, äh, oi. So. All eyes on me. Woo! Shit on! Get the fuck out! Habt ihr das gesehen? Ich bin mir sehr sicher, dass Jones hier gegen Botsfighter die ganze Zeit. Erstmal chillen, Jungs. Oh mein Gott. Wenn wir sneaken, dann sind wir unsichtbar. Woo! 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 Okay, okay, okay. Ganz kurz einen kleinen Schein machen. Lock. Ja, ich brauch auch einen. Guck mal, meine heißen, meine Namen haben sogar Tryhard-Namen. Ich stipp erst mal. Oh no way! Das ist crazy. Die haben mich bekommen. Einer muss mich retten vor den Jungs. Ja, guck mal, ich kriege ja keine Bot-Gegner da. Ah nein, die Zone kommt. Einer muss mich retten. Shit. Oh, ein gutes Aime. Maxi, wie viel dafür, dass ich dich jetzt hole? Oh, ich bin tot. Komm, Ivy, sei mein Retter. Das Problem bei Ivy sehe ich gerade, er hat nicht genug Leben halt, ne? Maxi, wie viel dafür, dass ich dich jetzt hole? Äh, Zehner. Ein Zehner, okay. Dafür bin ich hier. Boah, ich bin so käuflich. Crazy. Also, über das Aime reden wir nicht, okay. Das ist die erste Runde vom Tag gefühlt. Lasst mich in Ruhe. Bitte flamet mich nicht, okay. Oha. Boah, gib mir ein Loot. Also, die Auge ist ungewohnt, sag ich ganz ehrlich. Ich treffe gerade sehr wenig, weil ich halt, ähm, auch nicht so ganz das Spray-Pattern drauf habe. Also, wie die Auge schießt denn was für einen Abstand. Aber ich würde, ich würde behaupten, sobald ich es einmal drauf habe, ist es ziemlich einfacher damit, Damage zu machen. Sehr gut. Die 10 Euro, die hole ich mir. Die 10 Euro, die hole ich mir. Dann hol du das Ding jetzt, wenn du matchst das, okay? Ich hab's schon. Okay, sehr gut, sehr gut. Die ersten Earnings für Johnsy. Ja. Let's go. Let's go. Ey, wir haben fast 20 Kits. Ich hab einen nur. Ich krieg die Krise. Aber ich hab gute Waffen da gehabt. Boah, ich feine jetzt aber durch, Maxi, oder? Digga, es ist so krass, ne? Ihr rettet mich, habt so eine Mission, Digga. Ja, und Magic ein Kid einfach nur die ganze Zeit botst in der Zeit. Alvi, warte, komm runter, komm runter. Ich bin unten. Ich komm grad in die Zone ran. Soll ich dich abholen? Warte, alles gut. Ich bin fein, ich bin fein. Ich bin grad unsichtbar. Ich kann nicht wissen, wo ich bin. Bro. Ich falte dich, okay? Maxi soll mich hier rebooten. Mach einfach, ja, ja, ja. Okay, ich reboote dich bei mir. Wollen wir mal, was ich mit dem mache, Maxi. Ich gucke. Die falten mich, Alvi. Ich glaube, ich reboote einfach Maxi kurz, einfach hier, damit die entspannt sind. Okay, Jungs. Magic, lass runter. Ja. Hallo. Äh, ich hab hier sogar schon eine Sonderlieferung für dich. Digga, ich seh das. Das ist crazy. Du in Karte, ich hab mal zwei aufgeteiltes Teams. Bro, du hast ein paar Bots gekehrt, oder? Oder war es alles Pro-Gignaut? Hm, irgendeine Mischung, glaube ich. Hast du den Bot? Hast du den Bot für mich? Ja. Ah, cool. Geil. Ey, ich ne, mein letztes Schild, ne, ne? Bro, das ist der mal, ne? Ja, mein letztes Schild, ne, ne? Das ist der mal, ne? Guss, guss, guss. Ey, du kannst du noch kurz das Lustiges Anstum, und zwar, die haben einfach ein Haus gebaut hier. Hab ich noch nie gesehen in Fortnite. Höh! Das ist, ey, das ist aber echt schon voll sympathisch von denen, ne? Ich muss hier, ich muss hier, Aldi. Alles gut? Cracked? Wolltest du dir, Dad? Nice. Macher, 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 Macher. Das war der, der mich die ganze Zeit genervt hat. Ja, ey, wie du bist eine Maschine. Geboren in einem Körper, noch einer viel größeren Maschine. Jungs, willkommen. Hier. Nice. Die sind im Auto, Aldi, sind im Auto. Mhm. Magier, ich komme. Ich habe mein Auto gefunden. Ich bin nicht so schnell. Ey, ich hab Flauberries, wie cool. Ist nur eine Aldi, glaube ich. Ja, das kann sein. Jungs, ich komme. Wuuu. Ey, ich sehe euch da fliegen, Alter. Ja, das brauchen wir nicht langsam. Oh, scherzen Führerschein? Nein, hab ich nicht. Aber wir fahren noch, wir fahren noch. Ey, Ui. Okay, also Jelly, Jelly, Jungs. Also, was macht ihr das für Flickflank? Ja, was kommt so von der Seite? Wie kommt so ein Auto? Was ist dein großer? Ich steig oben drauf. Achso, oh, das ist nur ein zweites. Ich bin drin im Auto von dem. Ich falte ihn jetzt. Hello. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. Oh, for the feast. Shit on. Shit, Ws. Jonsi mit dem Big Clutch lieber wieder. Wie man es kennt. Nichts anderes gewöhnt. Das ist crazy. Maxi. Maxi, 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 Maxi. Was bietest du mir für die mythische Pistole? Äh, man, Jungfreundlichkeit. Keine Jungfreundlichkeit, die würde ich gerne haben. Bro. Jungs, warte auf mich. Jungs, weiter. Jungs, ich muss jetzt mal einen Kill machen. Ich sag ehrlich, ich hab einen. Hallo, Maxi. Hallo. So, jetzt der Squad ist vollständig. Guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier, hier ist noch guter Loot, hier ist noch guter Loot. Ich hab hier nämlich den Typen geklippt hier vorne, schaut mal. Mythische Handschuh und so. Oh nein, muss ich einmal kurz durchlaufen. Also Maxi, 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 ich mach kurz mit. Ich muss dir was zeigen. Aber Abstand halt, Abstand, 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 Jungs. Abstand, Abstand, Abstand. Was willst du zeigen, was willst du zeigen, zeig es uns. Oh ja, oh mein Gott, nein. Ja, ich komme, ich komme, ich komme, ich muss die Umgebung testen. Ich hab das doch gar nicht gemacht. Ich bin nur. Ja, Maxi, du wolltest du hin. Hier, ich bin hinter dir. Ich glaub schon, dass es Maxi war. Geh in die Ecke, geh in die Ecke, weg. Schüsse, 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 da wo nicht. Ich bin am Weg alt. Hier vor mir, hier vor mir, hier vor mir, hier, dicke Fall. Gib den Marker. Dicke Fall vor mir, genau, ormi, genau, ormi. Du gibst mir für dich hier. Wir müssen zwei Team verloren, wir müssen zu zweitfalten. Willst du mich verarschen? Dicke, ich hab keine Waffe jetzt. Maxi, ich hab keine. Warte mal. Oh, wie rammt der mich? Fahr, fahr, Maxi, fahr. Jungs, ich brauch noch einen Kill. Klack einen anderen, klack einen anderen. Ja, wir können uns helfen hier. Maxi, drück mal dieses Pedal durch. Ich drück durch. Jungs, wir kommen. Mal rein. Balle gescannt. Oh, Schild, geil. Noch einen, noch. Ab in 1,60. Ich bin finished worden. Oh, Maxi, wie sieht's aus bei dir? Ein Kill. Du, kleine Ratte. Warte mal, es gibt kein Squad mehr. Wir sind das einziges Squad. Wir sind einigen Squad. Squad, what? Ja, aber das ist, das ist da gerade bodenlose Alter mit den Kills hier. Aber mir sind Gegner, by the way. Ja, toll. Oh, das sind, warte, 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 warte. Ich sperre die ein sogar für dich. Komm. Alter, eingesperrt. Ivy, wimper, nein, Ivy, bitte. Ivy, ich brauche die gehen. Die fighten sich gegenseitig. Nein, nein. Ich komme. Ich baue die ein, ich baue ihn ein. Töne euch nicht. Oh, Maxi, mach das. Nein. Hab ihn, hab ihn, hab ihn eingesperrt, hab ihn eingesperrt. Ich picke die Exi. Oh, Maxi hat ihn niedergeknüppelt, du hast ihn gepickst. Ey, warte mal, hat all den anderen getötet? Nein. Hä? Bist du gestorben? Fehlt nur noch einer, lass uns wollen. Ey, ja, ja, wollen wir die letzten zubauen? Ich hab acht Metal Walls. Warte, komm mal kurz her, komm mal kurz her bei mir, bitte. Mit deinem Auto. Hallo. Nee, das macht gar nichts. Ja, weil wir auch drin sind, Mensch, das ist ja unser Auto. Ich kann ja sein, dass du wegfließt oder so. Wer verliert hier zuerst, dass es gewinnt? Oh, ich glaube, man schießt hier. Boah, wir haben einen Sieg oder was denn? Wir können die 30er-Bot machen. Let's go. Jeebi. Wo ist der Mann? Ah. Was denn? Was gestorben? Alter, ich zutze Bot in der Zeit. Mach das Maxi. Dann hat er auch mal Kills. Jeder Kills, ja. Mächte, guck mal nach oben. Ich sag, der Mann stimmt an Zone. Das ist meine Prediction. Ich oder was? Nein. Na, nach oben. Oh, da kommen Rockets. Aber die kommen nicht an. Jonas, Jonas. Hm? Zaubertrick? Seid ich Zaubertrick? Ihr macht das schon, ich glaube an euch. Okay. Oh mein Gott, ich sehe Albi nicht mehr. Hä, wo ist Albi hin? Ich sehe ihn gar nicht. Komm, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Hey, ja, du. Ich bin hier. 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 Magician, magician. Magik. Ich habe einen Hilfe. Nein, Jungs. Jungs, ich kann mich da gar nicht hin. Mann. Zaubertrick. Oh. Ich therm. Maxi. Magik ist echt tot. Ihr müsst ihn reinfragen. Hallo. Schreibt jetzt in die Kommentare, was für ein 31er Johnsy ist. Oh! Warte, warte. Warte, warte. Bitte krabbel, bitte krabbel, bitte krabbel, bitte krabbel, ich bin sonst auch tot. Bitte krabbel. Ich bin doch dabei! Nein. Du, ich kann nicht schneller krabbeln. Ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Oh, sorry. Oh mein Gott. Wee! Maxi, was gibst du uns? Was will ich resen? Oh. Warte mal, schmeiß mal hier rein, ja? Komm her, komm her Maxi, 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 Maxi. Ich kann nicht. Warte, er schippt, er schippt, er schippt. Oh mein Gott. 1 HP, 1 HP, Maxi, Maxi! Ey, was habe ich euch getan? Ey, wir sind doch Freunde. Lass mal kurz versuchen. Oh mein Gott. Was machen wir hier für Faxen, Jungs? Ich weiß nicht. Jungs, 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 wir müssen hier raus, ganz schnell. Nein, der hält die Wand, der will nochmal machen, der ist 31er. Nein, nein, wir werden sterben, wir werden sterben. Jeder macht seine, jeder macht seine Wand, jeder macht seine Wand. Die macht ja gar nichts, die bleibt mir drin. Nein, die Kuh. Nein. Ah! Ja! Ich will raus, ich will raus. Ich hab die Wall. Nein. Warte, warte. Lasst mich raus. Warte, warte, chill chill chill. Jetzt, ich mach den Ende. Aus, 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 aus. Er hat sich selber eingesperrt. Wir holen ihn jetzt, wir holen ihn, wir holen ihn. Holen, holen, Jungs, holen. Holen, holen. Holdet ihn, holdet ihn. Justlis, ich hab nicht. Jotzy set, Jotzy set. Rein, 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 rein. Die Mecke, das bringt gar nichts, das bringt gar nichts. Und so grifft sich die Q selber. Ws im Chat, Ws. Ja! Flo, ich brauche dich, ich brauche dich, ich bin auch tot, Flo! Nein, wir chokens! Flo, bitte, bitte! Bitte, Flo, bitte! Maxi, 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 Maxi! Du bist der Beste, du musst so anhängen, du hast mich gerestet! Schmeiß ihn, schmeiß ihn, schmeiß ihn! Oh mein Gott! Johnstie! Nein, Johnstie, bitte! Johnstie, komm mal! Johnstie, schnell, Johnstie, schnell! Ja! Alter! Nein, ich bin tot! Oh mein Gott, Maxi! Ich krieg dich riesig! Überlebt ihr das? Reboot, Reboot, schnell, schnell, schnell! Hallo! Nein, der lebt noch mal, nein! Nein, der lebt noch mal, nein! Nein, das gibt es nicht! Du hast überlebt, Bro! Wir können Maxi aber rebooten! Danke, Alter! Es ist alles für die Watchtime! Ey, der stirbt gleich an Zone, haben wir keine 30 kills, ne? Ich heu dann! Ey, bei mir sind Seths, bei mir ist er bei mir! Er ist bei mir! Ja! Ich höre auch Seths! Hey, bin doch der Maxi mal nicht alleine! Warte mal, gibt's ein Boss hier? Weil die Edis hier einbänden auch... Wow! Tschüss! Ey, Jungs, der ist bei mir! Er ist wirklich bei mir! Warte, warte, das machen wir mit ihm! Haha, ich bin hinterher, ich möchte gar nichts! Er ist drin! Eine fehlt, eine fehlt! Hier vorne! Eine fehlt, Alvi! Achso, ja, sorry, sorry! Ja! Denk dran, unten, unten kann er noch rauskommen! Ja, stimmt! Warte! Oh, er ist unten! Er ist unten! Er ist unten! Er ist unten! Pick ihn! Pick ihn! Ich sterbe! Ich sterbe! Ich sterbe in Zone! Ich sterbe auch! Ich bin tot! Nein, die töten! Ich bin in Zone! Wo ist er? Ich nehme ihn mit, ich nehme ihn mit! Ich pickaxe ihn! Ich pickaxe ihn! Habiii! W, Tj, Tj, Tj! Was ist da passiert? Tj! Tj! Ok Leute, das war's mit 4 Corner! Lasst nen Daumen nach oben und nen Abo da! Ich schaue einfach bei Bisse! Ciao!